Diese Krieg ist eine Krankheit, durch die Blut spielte von Kriegern. Ich fühle die Wind aus der Gathering-Storm. Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der Hinsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprache dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an... ...Detzthed ist manufakturierend unstoppable klinge Machines in eine secret Kompad. Ein von seinen Lieutenanten, Helge von Scherbs, ist die Forderung in deinem Missionsbriefing, in der Herbisprächtung, Castle Wolfenstein. Diese Forderung hat die Lieblung des Kompadenskommandes. Das könnte unser letzte Chance sein, bevor die Nazis die Allerfestein ausbauen. Amerika wird niemals Forderung. Ha. All right. Here's the checkpoint. Remember your cover. Commander Franz, Nazi bastard from the SS in Frankfurt. Die Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Du und ich, Blazkowicz. Wir sind ein guter Team. Wir können das tun. Okay, look. Du bist Deutschland? Frankly, es ist atrochisch. So, keine sprechen. Und schau dir deine Schrauben holstered für so lange wie du kannst. Die Papiere wurden Kessler prepared für in der Glovebox. Da. Okay. Okay. Let's go. And remember. Stay focused. Stay quiet. And follow me. Right? Kommandant Franz. Haus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Fuck it. Das ist diesen Schatz. with einen Stukor. So, du jetzt mal wieder Deutsch. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldigung, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Hier, bitte sehr. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, äh, ein Hotdog. So ein komischer Kauz. Die spinnen die armen Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Hehehe, weiter. Greta, bei Fuß. Hotdog! Hotdog! You reckon I had to say something? Das war Rudi Jäger, Helga's 2nd in command. Er schützt seine Tiere mit prisoners aus der Kastel. Guten Morgen! Morgen. Helga von Scharps. What a nasty piece of work. Handpicked by Deathshead himself as a key member of the SS Paranormal Division. You know, I had the misfortune of encountering her on a mission to Tanzanica. Did I ever tell you about that, Blazkowicz? I was sick with Blackwater fever at the time. Possibly the worst day of my life. Not even a heavy diet of whiskey could improve my condition, if you can imagine. Anyway, this castle, Helga owns it. It's her occult research center. Now we need to take down Deathshead or the warlock. Helga is vital in doing this. There's a top secret document folder in Helga's office. It should give us the location of Deathshead's compound. Once we have that, well then, we can launch an assault on his base of operations. Shoot him dead. Turn this failure of a war around, and be back, just in time for tea. Off you go. I'll disable the alarm. You head for Helga's research center. We'll stay in touch via radio. Leaving the channel open. Also, I'll kill you. Stop it, Blazkowicz. Come on, tea. Explosion. Rückmord? Okay, inside the elevator. Ah, roger that. Can't spot it. Go into the kill. Shh, 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 shh. There you go now. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Sleep tight. Shhh, shh. Shh... Shhh.. Shhh... B.J. Don't shoot, it's just me. I'll take a gander up here. Look for a safe. That's what the solution should be. Okay, Helga. Where do you keep your secrets? Now, if I was a safe, where would I hide? Well, I guess I wouldn't hide because I wouldn't be sentient, would I? I guess I would just be. So, where would I be, then? Blaskowitz, go through every nook and cranny. I'm not leaving here without that folder. Blast it. I found the safe, but the bloody folder is gone. It's just not there. I saw a radio down there. Use it to contact Kessler. Tell him we can't find the folder. Make it snappy, Blaskowitz. I'll stay on the lookout. Get on the radio and contact Kessler, Blaskowitz. No time to bloody waste. There is a radio on your floor. Use it to contact Kessler. We need to figure out a new plan. Hurry up, BJ! It's for sale. Yeah. It's for sale. Get away! Das war's. 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 Das war's.